Wir sind die Retter der Welt, beste Dinos am Himmel zerspricht. Hey Kids, hier spricht euer Mr. Hevisaurus. Kennt ihr schon unser neues Album Retter der Welt? Die Band und ich haben jetzt unser zweites Album am Start. 16 Dino-starke Songs warten darauf, dass ihr dazu ordentlich abrockt. Du nix kannst du grünen Tee, seid ihr dabei?